Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu diesem Video, bei dem es einen Einblick gibt in ein Bild, in ein Cover, was ich die letzten Tage erstellt habe für ein neues Video oder für ein neues Video-Seminar von Andrea Balczu. Vielleicht kennt ihr die Dame, ist Moderatorin im Fernsehen und ich werde dir jetzt in diesem Video einen kleinen Einblick geben, wie dieses Bild entstanden ist und ich werde dir sehr, 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 sehr ausführlich erklären, wie ich generell meine Bilder reduziere, aber dazu gleich mehr. Zuerst einmal vom Workflow selbst. Der Grundgedanke war, meinen Bildstil einzubringen, ein Bild zu erstellen, was auch schon in der Miniatur extrem knallt, weil dieses Bild wird einmal als Cover verwendet, aber auch als Profilbild und vielleicht kennst du diesen Stil. Ich mag den einfach mit diesem Hintergrund, mit der Überstrahlung und so weiter. Jetzt ist die Frage, warum schaut die Andrea so komisch? Das hat damit zu tun, da kommt jetzt noch ein Design rein. Ihr Videokurs heißt Kamera läuft und es geht primär darum, dass man in diesem Kurs halt ausführlich erklärt, wenn man die Angst vor der Kamera verliert, also dieses Thema, oh Gott, die Kamera läuft, Panik. Ich habe da auch mal so ein grobes Design, aber das ist scheiße. Das macht der Danny gleich aus meinem Team noch richtig, aber nur, dass er ein Gefühl dafür bekommt, wie das dann letztendlich wird. Das Bild kommt so aus der Kamera. Ich fotografiere also für diesen Look, für diesen finalen Look immer vor Grau, um dann später ganz schnell diesen blauen Hintergrund einzufügen, diese Überstrahlung. Natürlich kann man das auch schon so fotografieren. Das Problem ist, wenn du so fotografierst, du kannst nachträglich nicht mehr diesen Hintergrundspot ändern, du kannst nachträglich nicht mehr so einfach die Farbe ändern. Und deswegen mache ich das eben vor Grau. Dann wird die Aufnahme Raw konvertiert, ein bisschen reduziert und jetzt kommt auch schon der Hintergrund rein. Also diese zwei Ebenen, das geht auch sehr, sehr schnell. Und das geht deshalb so schnell, weil du vor Grau fotografierst. Und dann macht es auch mit den Haaren keinen großen Unterschied, ob du da eine Farbe reinziehst. Und das Tolle ist wirklich, ich könnte jetzt jederzeit hier auf diesen Spot im Hintergrund gehen. Ich kann den verschieben, was sehr geil ist. Und ich kann jederzeit sagen, ach Mensch, als Hintergrundfarbe, nehmen wir doch einfach mal die Farbe des Oberteils, die Farbe der Augen oder was auch immer. Und das ist schon ganz cool. Das ist, wie gesagt, keine Vorgehensweise. Wenn du jetzt 100 Mitarbeiter in dem Stil fotografieren willst, dann würde ich das alles schon aus der Kamera so machen. Aber in dem Moment, wo du sagst, du erstellst nur ein Bild und da willst du später flexibel sein, macht das Sinn. Ich habe jetzt hier oben noch ein bisschen die Haare reduziert. Das ist jetzt nicht unbedingt so geil geworden, aber da liegt später eh noch ein Design drüber. Und wenn man nicht weiß, wie es vorher war, dann fällt das auch gar nicht groß auf. Hier kommt noch eine Dodge & Burn Ebene. Das ist brutal, oder? Guck dir das mal an hier. Ja, es läuft noch mit dem Kelvin, Dodge & Burn. Er kann es noch, er kann es noch. Das ist schon heftig. Dann wird noch ein bisschen am Look geschraubt, um es noch ein bisschen illustrativer zu machen. Und wie gesagt, am Ende kommt da noch ein Design drüber. Du siehst, hier fällt das nicht mehr so ins Gewicht mit den Haaren. Unten kommt noch ein Text rein und so weiter. Das ist der komplette Workflow. Und jetzt stellen sich wahrscheinlich so ein bisschen die Fragen. Okay, Kelvin, aber wie genau muss ich fotografieren? Wie kriege ich den Hintergrund so ausgeleuchtet? Und wie genau fügt man den Hintergrund so schnell ein, ohne groß die Haare freizustellen und so weiter? Und ich habe jetzt ein kleines Geschenk für dich, weil ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, dass ich dir ganz, ganz, ganz genau erklären werde, wie ich retuschiere. Und ich möchte auch die Menschen belohnen, die meine Videos bis zum Ende schauen. Das heißt, ganz viele, etwa 70 Prozent, schauen jetzt dieses Video nicht mehr und werden jetzt was richtig, richtig Krasses verpassen. Denn ich schenke dir jetzt ein Videotraining. Nein, anders. Ich schenke dir nicht ein Videotraining. Ich schenke dir mehrere Videotrainings, okay? Alles, was du tun musst, ich habe dir unter dem Video eine Website verlinkt. Da gehst du drauf. Und das Einzige, was du tun musst, ist, du musst dich mit einer E-Mail-Adresse eintragen. Weil wir schicken dir dann einen geheimen Link zu. Und auf diesem Link findest du das hier. Du kommst zu einer Website. Und das ist jetzt kein Fake oder so. Auf dieser Website kannst du alles, was du darauf siehst, mit einem Klick gratis runterladen. Wenn es bei irgendeinem Video Probleme geben sollte, dann ist es halt so, dann ist es irgendwie zu spät. Wir haben es vom Server genommen oder wie auch immer. Du musst einfach mal schauen. Klick dich einfach mal durch. Ich habe schon vorhin versucht, ein Video runterzuladen. Das ging noch. Nämlich das hier. Hier ist das komplette Videotraining, wie der Stil funktioniert. Da wird alles erklärt. Hier noch ein Videotraining, wie dieses Bild entstanden ist. Hier noch. Das sind alles komplette Videotrainings, die mal Geld gekostet haben. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich schenke euch das, weil ich einfach nicht mehr so viel mit Photoshop mache. Auch diese Bilder. Komplette Videotrainings. Ein Klick. Stopp. Anhalten. Ich habe es ja schon. Und du kannst es runterladen. Wie das alles entstanden ist. Und dann gibt es noch ein paar ältere Videokurse, die du dir ebenfalls runterladen kannst zum Thema Business und Erfolg. Evernote. Innerer Erfolg. Also wir reden hier von 23 Stunden Videomaterial, was wir dir schenken. Also all das bekommst du von mir geschenkt. Im Schwerpunkt natürlich dieses hier. Damit du dann dieses Bild nochmal sauber weißt, wie man das bearbeiten kann. Das ist ein Brocken. Du kannst und darfst das hier am Ende sogar ignorieren. Okay, das haben wir mal getestet. Wir wollten mal wissen, ob dann Leute irgendwie dafür, dass sie alles runterladen können, auch was rüberschicken. Und ein paar haben 10 Euro rübergeschickt. Manche 25 Euro. Das klingt so ein bisschen nach Betteln. Wie gesagt, das war für uns ein Test. Du musst gar nichts machen. Kannst du. Musst du aber nicht. Ja. Hab einfach nur Spaß mit den Videokursen. Du bist per E-Mail eingetragen. Vielleicht bekommst du einmal die Woche von mir eine E-Mail, wo ich dich über aktuelle Dinge informiere. Mehr ist es eigentlich nicht. Und deswegen lohnt es sich, meine Videos bis zum Ende zu schauen. Und einige haben nicht bis zum Ende geschaut. Ja, Pech gehabt. Übrigens, es kann sein, dass ich dieses Video wieder löschen werde. Irgendwann. Wenn es zu viele Leute runterladen. Oder irgendwann sage ich, jetzt ist auch mal wieder Schluss. Also lad jetzt am besten mal legal runter über Nacht, solange du kannst. Okay? Und dann hast du das alles auf deiner Platte. Und kannst ein bisschen Photoshopen. Das war's, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Es kommt ab und zu was zum Thema Fotografie. Photoshop. Und überwiegend geht es auch sehr viel um Ziele erreichen, Persönlichkeitsentwicklung, alles, was so mein Leben betrifft. Wenn dich das interessiert, abonniere den Kanal, lass ein Like da. Und lass uns gerne in Kontakt bleiben. In diesem Sinne, bis dann. Bis dann. Vielen Dank.